Mit dem AK-Modell für pflegende Angehörige bekommen die Betroffenen endlich den Lohn, der ihnen zusteht. Durch ihre Anstellung werden sie für ihre Aufruf von der Arbeit bezahlt und ganz wichtig, sie sind auch sozial versichert. Die Pflege daheim wird zu drei Viertel von Frauen erbracht. Durch die Pensionsversicherung wird das Risiko einer drohenden Altersarmut verringert. Durch verpflichtende Schulungen wird die Qualität der Pflege zu Hause verbessert und das Angebot zur Weiterbildung könnte dann eine Weiterbeschäftigung in einem Pflegeberuf erleichtern.